Schläge bis in tiefere Lagen mit Schnee. Dagegen in der Westhälfte auch sonnige Abschnitte und kaum noch Schauer. Tiefsttemperaturen 3 bis 0, örtlich bei Aufklaren bis minus 3 Grad. Tageshöchstwerte 5 bis 9 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen. Und die weiteren Aussichten im Süden Bewölkungsaufzug, sonst heiter bis wolkig und meist trocken bei wenig geänderten Temperaturen. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen und dem Bericht aus Bonn. Christine Kaufmann und Muskelmann Steve Reeves, verehrte Zuschauer, sind die Hauptdarsteller in dem Historienfilm Die letzten Tage von Pompej nach Motiven des populären Romans von Paula Lytton. Der aufwendige und farbenprächtige Spielfilm entstand 1959 als italienisch-spanische Koproduktion unter der Regie von Mario Bonnert.